33, darf zum zweiten Mal ein Kind auf der Welt begrüßen. Die Tochter von, 63, bekam schon im Februar 2021 gemeinsam mit ihrem Mann, 37, den Kleinen. Jetzt schenkten ihm die Royals einen Bruder, Jack und ich wollten euch mitteilen, dass unser kleiner Junge Ernest George Ronnie Brooksbank am 30. Mai 2023 um 8,49 Uhr mit einem Gewicht von 3,2 Kilogramm geboren wurde, teilte Eugenia ihren Fans auf Instagram mit Tipps für Promiflash. Einfach i-Mail an.